Wow, okay, das wären nicht so guten Nachten. So, damit wir erstmal uns Kledoschen wieder antrecken, alte Klamotten. So, dat brugt wie, dat brugt wie, und dat. Okay. Warten wir hier. Trunk, dat baden. De baden trunk. What is dat? Ich gehe noch mal nach dem Krog hin. Oh, nein, da ist er. Ich glaube, ich glaube doch kein Watt. Ich glaube doch kein Watt. Wow, und ihm klingelt die Ohren. Wenn ihr nun mit blanken Glocken seid. Okay. Ja. Bis du ankommst. Okay. Schreck wie Moll. Du gehst nix. Du gehst nix. Ah. Das ist uns Perz. So. Okay. Damit wir hin. Und Stinker Obs Burn. Ah. Hahaha. So. Dann sind wir wieder in U-Schütze. Damit wir noch was. Slödel. Erst den Slödel. Und den Cloud. Okay. Mal gucken. Nehmen wie das. Dessen Slödel finden. Und. So als wir den Slödel hem. So als wir den Slödel hem. Brug wir auch nicht inbregen. In der Rüstkorma. Ähm. Sondern. Sondern könnt dann einfach. Drinnen gehen. So. Okay. Okay. Ah, endlich zu Raffikon hier reden. Ihr Swimmingcorder welches. Hier gehen Leute. Ja, dann pass doch mal auf. So. Torster ist der Goat. Pace Bowls. Die Gelöfter ist hier. Ja. Meist hier, das ist... Tor. Hier muss ich nur den Slödel finden. Mal gucken. Kann ein Drop. Ja, das sieht gut aus. Das haben wir. Ah, ha, 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 ha. Nee, die Tellt nicht. Was zur Hölle war das? Bestimmt nur ein Tier. Da ist ein. Da ist ein. Was können wir da antracken? Und was brucht wie? Nee. 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 Nein. Kann ich das von hier... Oh, das ist gut. Wir können das von hier in die Satteldaschendome Ah. Ah, hier boven ist kein, das ist, oh. Was da anspinnen ist, nun kann er in die Satteldash, bam, bam, da doch, da doch, da doch, und da doch. So, Instant. Wow. Okay, das ist noch gespiekert. Oh, wie sind so Loot, ey. So, hang. Na, wir sind hier. Hier sind wir richtig. Holding Mool. Holding Mool. Wow. Nur sind wir, nur sind wir im Keller. Mann, hier ist nix. Hier ist gar nix. Bloß, äh, Fatten. Fatten, wo nix in ist. Wo ist da jemand? Kein Lebenszeichen. Weiß Gott, was das war. Ich muss mal dat... Dat träg ik mal ut. Das ist fehlte Loot. Wie brugt auch ne hier schön. Wow. Sei gegrüßt. Was brauchst du? Gott mit dir, Herr. Ich hoffe, in deinem Lehen ist alles friedlich? Friedlich? Wohl kaum in diesen Zeiten. Aber im Moment macht mir die Politik mehr Sorgen als der Krieg. Was ist los? Das Kloster hat den Einkauf von Stein und auch dem Bau insgesamt gestoppt. Sie behaupten, dass es an der Qualität der Steinblöcke liegt. Aber das glaube ich nicht. Irgendwas ist da faul. Für mich sieht das eher nach Geschäftemacherei aus. Was ist denn nicht in Ordnung mit dem Stein? Angeblich gab es einen Unfall. Ein Stück soll losgebrochen sein und jemanden erschlagen haben. Aber der Steinbruchmeister schwört, dass das unmöglich ist. Er sagt, er schickt nur die besten Blöcke und ich glaube ihm. Er ist ein verlässlicher und erfahrener Steinmetz. Was wollen die Mönche mit ihrem Verhalten erreichen? Den Preis drücken. Obwohl sie eh schon so wenig bezahlen müssen. Und dann bezahlen sie nicht einmal pünktlich. Oder schlimmer. Schlimmer? Du meinst, sie werden gar nicht mehr bezahlen? Gut möglich. Sie wollen aus dem Vertrag aussteigen und einen noch günstigeren Steinbruch finden. Und die angeblich schlechte Qualität des bisherigen Steinbruchs soll das rechtfertigen. Und befasst sich jemand mit dem Problem? Nun, mein Kämmerer sollte sich damit befassen. Aber er hat nichts weiter getan, als dem Kloster einen Brief zu schicken. Er meint, sie unter Druck zu setzen, könnte sie provozieren. Gibt es denn sonst nichts, was getan werden kann? Ich weiß nicht. Ich denke über einen etwas direkteren Ansatz nach. Auf dem Ohr ist mein Kämmerer jedoch taub. Er wird bloß weiter in höflichen Briefen salbadern und hoffen, dass es etwas bewirkt. Ah, vielleicht erledigt sich das irgendwie von selbst. Vielleicht reicht nicht. Ich brauche einen Plan. Lebe wohl.